Oh Gott. Also jetzt wird hier wirklich jedes Wort sechsmal. Du bist ja also ja, voilà. Deine Mutter, voilà. Flutkatastrophe im Ahrtal. Grünministerin Spiegel war um ihr Image besorgt. Im Juli Das ist wichtig, ja. Im Juli 2021 starben bei der Flutkatastrophe an der A 134 Personen. Mögen sie im Frieden ruhen. Wie SMS-Protokolle jetzt zeigen, war die damalige rheinland-pfälzische Umwelt und heutige Bundesfamilienministerin vor allem um ihr Image besorgt. Die Grünen sehen die Veröffentlichung als bösartige Kampagne. Die Veröffentlichung ihrer SMSen. Und zwar folgendes. Am Freitag wird es im Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags um die Flutnacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 im Ahrtal gehen. Also das war schon, da kommen wir gleich zu. Bei der starben 134 Personen. Mehr als 700 wurden verletzt. Grüße gehen raus an Tetzel. Grüße gehen raus an Tetzel. Okay, weiter. Was geht, Digga? Anne Spiegel, heutige Bundesfamilienministerin, muss sich für ihr Krisenmanagement verantworten. Damals amtierende, damals amtierte die Grünen-Politikerin noch als Umweltministerin im Ampelkabinett vom Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Haben ihr Haus und das Landesamt für Umwelt, LFU, versagt? Das zumindest legen die Nachforschung der Parlamentarier und die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Koblenz nahe. Und das ist eine gute Sache, Alter. Das ist ein dickes Ding. Die LFU soll viel zu niedrige Pegelstände gemeldet haben, wodurch die Feuerwehr und der Krisenstab im Landkreis Ahrweiler von einer entspannten Hochwasserlage ausging. Laut einer Pressemitteilung, war ja auch sehr entspannter. Entspannungszahner war das. Zumindest für Helge Lind, für die war das auf jeden Fall sehr entspannter. Laut einer Pressemitteilung des Ministeriums von 14. Juli um 16.43 Uhr rechnet man nicht mit extrem Hochwasser. Da war aber schon Action, mein lieber Freund. Bereits um 18 Uhr war diese jedoch überholt. Extrem, nicht extrem. Sie hat nicht gesagt, was sie mit extrem meint. Ja, genau. Der Zuständige, ja, für sie wahrscheinlich, wahrscheinlich halt das Abschmelzen der Polkappen und dann der Anstieg des Meeresspiegels auf sieben Meter. Erst wenn Holland weg ist. Ja, genau. Erst wenn Holland weg ist, wird es hier, oh Junge, die holländischen Flüchtlinge. Es wird überall nach Gras und Käse riechen. Naja, ich mach mal weiter. Der zuständige Staatssekretär Erwin Manz-Grüne soll an Mitarbeiter der Pressestelle geschrieben haben, es gebe ein Extremereignis an der Ahr. Dort sei ein Campingplatz evakuiert worden. Das berichtete die FAZ und beruft sich auf Kreise des Untersuchungsausschusses unter Verweis auf E-Mail-Protokolle. Auf Nachfrage einer Mitarbeiterin der Pressestelle, ob deswegen etwas zu tun soll, hat Manz geantwortet, heute nicht. Damit konfrontiert sagte das Umweltministerium am Dienstag, es treffe zu, dass Staatssekretär Manz gegen 18 Uhr zu der Einschätzung gekommen sei, dass die um 16.43 versandte Pressemitteilung überholt war. Die Aussage, es sei nichts zu tun, habe sich jedoch lediglich auf die Frage bezogen, ob eine weitere Pressemeldung sinnvoll sein könnte. Die Information der Einsatzkräfte vor Ort, die für die Warnung der Bevölkerung zuständig sind, war und ist jederzeit über die Meldekette sichergestellt gewesen, behauptet er. Pressemitteilungen seien nicht Teil des Meldeweges. Aha, jetzt kommt es aber. Brisant könnten weitere Chat-Protokolle werden, die der FRZ und dem Fokus vorliegen. Für die heutige Bundesfamilienministerin Anne Spiegel und einen ihrer damaligen Mitarbeiter soll am Morgen des 15. Juli vor allem die Sorge im Vordergrund gestanden haben. Ihr könnt da eine Verantwortung für die Katastrophe angelastet und sie könne innerhalb der Landesregierung an den Rand gedrängt werden. Das wäre natürlich schrecklich, gerade für eine Frau. Eine Frau, die an den Rand gedrängt wird? Das wäre ja. Sonst, da hören wir das Ende von nicht. Ja, das denke ich auch. Demnach schrieb Spiegel an die Mitarbeiter der Pressestelle, das Blame-Game könnte sofort losgehen. Wir brauchen ein Wording, das wir rechtzeitig gewarnt haben, wir alle Daten immer transparent gemacht haben, ich immer im Kabinett gewarnt habe, was ohne unsere Präventionsmaßnahmen und Versorgemaßnahmen alles noch schlimmer geworden wäre. ETC. Weiter schrieb Spiegel. Vielleicht sollten die die Language Deutsch vielleicht chusen. Entschuldigung. Ja, ja, ist schon ein heißes Ding. Weiter schreibt Spiegel. Ich traue es Roger Lewins zu, dass er sagt, die Katastrophe hätte verhindert werden können oder wäre nicht so schlimm geworden, wenn wir als Umweltministerium früher gewarnt hätten und dass es an uns liegt, weil wir die Situation unterschätzt hätten. ETC. Die Lage sei sehr ernst. Zuvor, um kurz nach sechs Uhr morgens, hatte eine Mitarbeiterin der Pressestelle des Umweltministeriums an Spiegel per SMS geschrieben, die Lage sei sehr ernst. In mehreren Landkreisen sei der Katastrophenfall ausgerufen worden. Es würden Menschen vermisst. An Spiegels damaligen Pressesprecher Dietmar Brück, mittlerweile stellvertretender Sprecher der rheinland-pfälzischen Landesregierung, ging eine fast gleichlautende SMS. Ja, jetzt schreibt der Brück zurück. Das Starkregenereignis werde das beherrschende Thema. Anne braucht eine glaubwürdige Rolle. Es dürfe nicht nach Instrumentalisierung aussehen. Die Anteilnahme macht Ministerpräsidentin Malu Dreyer, aber vom Umweltministerium könnten Informationen zur Hochwasserlage und zu Warnungen kommen. Man müsse aufpassen. Das klingt doch jetzt also überhaupt nicht so. Also ich will jetzt mal nur so sagen, dass das würde jetzt ein ein misogynes Arschloch sagen. Das klingt fast so, als hätte die Frau Spiegel da überhaupt nichts zu melden und steht da einfach nur da, um nett zu lächeln. Das klingt fast so, als wäre sie völlig irrelevant für die Entscheidungsfindung im Umweltministerium unter Malu Dreyer. Komisch, sowas würde ein Misogynist sagen. Bin ich ja nicht. Deswegen sage ich das auch nicht. Genau, bist du ja nicht. Deswegen sagst du das auch nicht. Die letzten 15 Sekunden sind nicht passiert. Alleine politisch damit. Da müssen wir dazu uns selber was überlegen. So eine SMS. Spiegel antwortete darauf. Das deckt sich mit meinen Überlegungen. Der Pressesprecher schlug vor, Annes Rolle muss meines Erachtens immer mit einer konkreten Rolle oder Zuständigkeit verbunden sein. Es darf nicht nach politischer Instrumentalisierung aussehen. Also damit sagt er, es sieht so aus. Auch damit konfrontierte die FAZ das Umweltministerium. Die Antwort, Spiegel werde im Untersuchungsausschuss zu allen Fragen ihre persönliche Wahrnehmung betreffend Stellung nehmen. Eures Respekt vor dem parlamentarischen Verfahren wolle man diesen Vorgang nicht vorgreifen. Das ist geil. Schon wieder, Alter. Vielleicht ein generisches Maskulinum und Gavrila Gul. Guter Beruf. Misogynäkologie. Ich muss übrigens, jetzt habe ich gerade wieder ein paar Haker gehabt mit dem Internet, sorry dafür und ich muss jetzt mal ganz kurz sagen, bevor wir weitermachen, schnell, kam jetzt gleich von Arkadis Darius und er hat recht. Wir müssen mal was machen, was man mit den Kanalpunkten hier machen kann. Müssen mal ein bisschen mehr Interaktionsshit einbauen, aber ich hoffe, dass wir das demnächst haben. Wir haben es im Blick, ja, also bitte Kinder seid nicht enttäuscht. Gaudi, bitte. Was für Interaktionspunkte? Emotes, ey, du kannst so mit deinen Kanalpunkten, kannst du so Shit machen und so, keine Ahnung. Hast du gut erklärt. Ja, ich weiß es selber nicht genau, aber ich muss mal gucken. Da kann man so, kann man so Shit machen, so mit dem Kanal und so. Ich bin dieser Twitch-Boomer auch, Anna. Ich bin vielleicht gekommen. Ist ja alles in Ordnung, Digi, ist ja alles in Ordnung. So, ähm, da gibt's noch ein kleines Schmankerl, und zwar, ähm, äh, bin ich dann auch in die FAZ reingegangen, ja, und, ähm, da ist noch ein cooles Detail, und zwar auf eine berichtigende Pressemitteilung verzichtete das Ministerium, ne? Ähm, genau. Sie haben die, äh, Pressemitteilung mit angespannte Hochwasserlage in Rheinland-Pfalz verschickt. Darin wurde Spiegel mit den Worten zitiert, wir nehmen die Lage ernst, auch wenn kein Extremhochwasser droht. Also sie entwarnt, ne? Ich würde fast sagen, man könnte da, wenn man das nicht berichtigt, lieber Deppi, kann man da zumindest eine Teilschuld an Todesopfern, an diese Frau abtreten? So als Überlegung? Ne, man kann zumindest sagen, dass sie keine Ahnung hat, was sie da tut. Das ist das mit aller Mindest so, und über Teilschuld kann man definitiv auch reden, zumal sie sich ja offensichtlich als erstes darum gesorgt hat, dafür verantwortlich gemacht zu werden. Was normalerweise nicht kommt, wenn du überhaupt nichts falsch gemacht hast. Das Blame-Game. Ey, ich weiß ja nicht so, hm, wenn du als erstes, weißt du, irgendwas passiert, ist nur das erste, woran du denkst, so, weißt du, 9-11 kommt, und das erste, was du denkst, du probierst, oh, oh, ich war's nicht. Das postest du als erstes so auf Twitter. Ich saß nicht in den Krieger. Ich bin nicht in Tower 2 geflogen. Weißt du, was sie, da ist übrigens ein neues, ach, das hab ich schon letztes Mal erzählt, das ist ein neues Video aufgetaucht tatsächlich, aus der Central Park Perspektive herausgefilmt. Sehr traumatisierend, für alle, die noch nicht schlecht genuge Laune haben, schaut euch das danach mal an. Das haben wir doch in South Park gelernt, Kyle. Geiles verantwortlich für 9-11. Ach, Herr Emi, nee. Pass auf, Deppi, pass auf. Wir nehmen die Lage ernst, ne, das hat sie geschrieben, aber es droht kein Extremhochwasser. So. Wie die Rhein-Zeitung unter Berufung auf SMS-Protokolle schreibt, wurde die Pressemitteilung von Spiegel freigegeben. Aber jetzt kommt's, Deppi. Sie hat nämlich auf etwas Wesentliches geachtet. Sie schrieb demnach, konnte nur kurz draufschauen, bitte noch gendern. CampingplatzbetreiberInnen, ansonsten Freigabe. Achso, ich korrigiere. Das Wichtigste für dich ist, nicht nicht verantwortlich gemacht zu werden und zu gendern. Okay. Ich bin raus, Alter. Ja. Ja. Und der Staatssekretär hat halt gesagt, ja, ach, ist da noch was zu tun. Heute nicht. Ja, also, Hochwasser verhindern, nee, gendern können wir aber schon noch machen. Genau, das kann man mal machen. Kann man mal machen. So, jetzt war die Dame dann vor dem Untersuchungsausschuss. Und Anne Spiegel zu Beginn ihrer Anhörung im Untersuchungsausschuss des Landtags vor Rheinland-Pfalz zur Flutkatastrophe im Ahrtal. Und da steht sie wirklich hier in dem Artikel, den ich habe, wirklich wie eine starke Frau mit schwarzer FFP2-Maske vielleicht in Gedenken und Anteilnahme an die Opfer. Was hat sie geschrieben? Was hat sie gesagt? Bundesfamilienministerin Anne Spiegel hat in einer mehrstündigen Befragung im Untersuchungsausschuss des Mainzer Landtags ihre Rolle als rheinland-pfälzische Umweltministerin während der Flutkatastrophe verteidigt. Zu später Stunde stellte sie ihr Verhalten am 14. und 15. Juli dar. Es ist absolut falsch und ich weise entschieden zurück, dass ich irgendwen irgendwann eine andere Priorität hatte, sagte sie, sichtlich angespannt über ein SMS-Excel. Das glaube ich. Ja, es gab eine SMS und es gab meine Antwort darauf, erklärte Spiegel. Aber ich schwöre, ich habe gegendert. Ich schwöre, ich habe gegendert. Aber es sei ihr sehr wichtig, dass dies nur zwei Nachrichten einer tausend Seiten umfassenden Kommunikation gewesen seien. Die Ministerin hatte geschrieben, dass man ein Wording brauche, dass man rechtzeitig gewarnt habe. Ein Wording. Also wir müssten hier jetzt Lügen. Ja? Zur SMS-Äußerung eines bevorstehenden Blame-Game, also von Schuldzuweisung, sagte Spiegel, sie habe damit auf eine Mail ihres Mitarbeiters reagiert. Er hatte einen Gedanken und ich hatte einen Gedanken und für mich war es sowieso schnell wieder weg, wie er da war. Das sagt sie wahrscheinlich öfter. Er hatte einen Gedanken und ich hatte einen Gedanken und für mich war er genauso schnell wieder weg, wie er da war. Ist das Kamala Harris' Schwester oder? Weißt du auch, die Ukraine ist ein Land und Russland auch. Ich hatte einen Gedanken und er hatte einen Gedanken. Okay. Das finde ich geil. Wir haben jetzt auch immer distanzieren, wenn irgendjemand sagt, Clowny, was hast du denn da damals geschrieben irgendwie mit mir? Da hast du auch gesagt, du bringst einen Kasten Bier mit und dann hast du doch nur eine Flasche Bier mitgebracht. Was war da? Und dann sage ich so, ja, ich hatte einen Gedanken, du hattest einen Gedanken. Und das war nur eine von unter tausenden Nachrichten. Aber du hast trotzdem gesagt, du bringst einen Kasten Bier mit. Ja, aber du... Da müssen wir jetzt auf das Wording achten hier. Ich hatte einen Gedanken und dann war ich tanken und jetzt hast du einen Gedanken und ich weise dich in die Schranken, du hast keine Ahnung. Ja, und jetzt hast du den Gedanken, Mensch, 2,50 Euro für diese ist ganz schön teuer. Aber ja, worüber haben wir gerade geredet? Anderes Wort für Wording ist Framing Passierschein 39 ganz genau richtig. Der Ausschussvorsitzende Martin Haller las auch eine Messenger-Nachricht vor, in der Spiegel die Vermutung äußerte, dass Innenminister Roger oder Roger Lewentz, SPD, das Umweltministerium für späte Warnungen verantwortlich machen könnte. Achso, ich habe gerade verstanden. Das Umweltministerium für späte Warnungen. Das ist das... Das ist das... Achso, okay, dann ist das vielleicht nur für mich lustig gewesen. Das Ministerium für späte Warnungen. Das ist das Umweltministerium in NRW oder in Rheinland-Pfalz. Nach eigenen Angaben hatte die grünen Politikerin ein Arbeitsessen mit Langtagsfraktionschef Bernhard Braun, mit dem sie am spätenden Abend auch noch telefoniert hatte. Ja, definitiv. Auch mit ihrem Amtsleiter, Staatssekretär Erwin Manns, Grüne, soll es ein kurzes Telefon-Hohlen-Telefongespräch gegeben haben. Hast du gleich wieder an ein Program gedacht, Ein Telefon-Programm. Nach einer E-Mail ihrer Pressestelle mit einer DPA-Meldung zum Katastrophenalarm in der Vulkaneifel sei sie sehr, sehr angespannt und besorgt gewesen. Natürlich war ich in Gedanken bei der Situation vor Ort und habe gehofft, dass es dem Katastrophenschutz gelingt, dass Menschen gerettet werden können. Das habe ich auch gehofft. Da bin ich jetzt auch, denke ich, qualifiziert für ihren Job. Sie habe aber keinen Anlass gesehen, in funktionierende Abläufe einzugreifen, Deppi. Das Ministerium ist nicht Teil der Meldekette, sagte Spiegel. Aber als Aufsichtsbehörde ist es immer über alles wesentlich im Bilde. Sie macht halt anscheinend nichts. Breiten Raum nahm bei den Zeugenvernehmungen eine Pressemitteilung des Umweltministeriums, die hatten wir schon, mit diesem Kein Hochwasser droht, nahm da sehr viel Platz ein. Diese Aussage beruhe auf einem Telefonat mit der Fachabteilung. Dass es an Rhein und Mosel nicht sehr schlimm wird, sagte Staatsstellenleiter beim, okay, jetzt habe ich eine Frauenstimme nachgebracht. Staatsstellenleiter beim Landesamt für Umwelt. Milan seltener. Woher weißt du, dass es keine Frau ist? Hast du gerade, did you just assume his gender? Entschuldigung? Also, Wie bitte? Da hast du recht. Da hast du recht. Jiga Transphover hier. Eieiei, Leute, was ist denn hier los? Ist mir leid, also da, boah, da war ich gerade wieder in einer Erlebnis-Sauna. Keine zwei Stunden nach der Pressemitteilung schrieb... Okay. Keine zwei Stunden nach der Pressemitteilung schrieb Rivenherrn, Herm, ihre Mitarbeiter Sell, hier bahnt sich eine Katastrophe an. Die Spitze der Grünen hat sich am Samstagabend positiv über den Auftritt von Spiegel geäußert. Eine Spiegel hat mit ihren Aussagen gestern gezeigt, dass sie sich mit Verantwortungsbewusstsein und Empathie für die Menschen in diesem Land einsetzt, Deppi. Und dass ihre erste Sorge dem Menschen und ihrer Not galt. So die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang und Omid Nouripour Hashtag ich möchte die Scharia im Grundgesetz in einer gemeinsamen Reaktion am Samstag. Ohne das Schweinefleisch-Verbot. Da macht Ricarda Lang nicht mit. Ja, also Boris hat die Chronologie in seinem Video sehr gut aufgezeigt. Zu dem Zeitpunkt, wo dann schon auf dem Campingplatz leider, ich glaube, drei Leute ihr vorzeitiges Ableben dann blub blub weg dann erleben durften, dass da wusste man schon, okay, hier geht jetzt gerade echt die Scheiße ab und wollen wir eine Presseabteilung, wollen wir das irgendwie abändern oder nö. Nee. Solange die Anne gut aussieht, ist doch eigentlich egal, oder? Also, das Blame-Game wir brauchen nicht ihre Aussagen gut aussehen. Das Blame-Game, wir brauchen ein Wording, damit sie gut dasteht. Es ist halt so eindeutig, dass man hier seine eigene Schuld an der Sache oder die Verantwortung abtreten wollte, dass man sich wieder um Kopf und Kragen reden möchte und jetzt leider aufgeflogen ist. Ja, das ist ärgerlich. Schobi hat das Video von Boris in den Chat gestellt. Schaut da, macht es euch einfach als Tap auf, auf später Ansehen oder so. Schaut da gerne, schaut da gerne mal rein, meine lieben Freunde. Also, soviel zu Frau Spiegel, im Gegensatz zu Ricarda Lang, aber studiert. Ja, und außerdem kann sie im Gegensatz zu Ricarda Lang lang dastehen und auch gut dastehen. Das kann Ricarda Lang nicht so gut. Außer eine Schlange von McDonald's, die jetzt wahrscheinlich lang werden wird bei den Spritpreisen. War es, keine Ahnung. Obwohl, das Essen würde uns wahrscheinlich auch bald ausgehen, so wie das auf dem Tat aussieht. Aber mal gucken noch, wollen wir nicht ganz zu schwarz malen. Ja, ja. Ja, aber also, wenn wir, wir brauchen ein gutes Wording, dann, dass die Behörde rechtzeitig gewarnt habe. Ich weiß auch nicht, wie du das worden möchtest, wenn du halt nicht rechtzeitig gewarnt hast. Also, willst du die Zeit zurückdrehen oder was? Nee, du kannst, ich warte, es gibt so einen Trick wie Lügen. Du kannst einfach lügen. Dann sieht das nämlich so aus, als hättest du rechtzeitig gewarnt. Der Trick ist einfach zu sagen, was nicht stimmt, wenn es dich besser dastehen lässt. Ich hab, hab ich ja gut gehört. Oh mein Gott. Also, soviel zu Anne Spiegel, zur weiteren Vertiefung Schau bei Boris rein. Ja, es sind auch ein paar Zuschauer dazugekommen, auch an euch geht raus. Wir lesen alle Bits ab 100 vor. Wir haben es ein bisschen runtergesetzt, war ehrlich gesagt ein bisschen teuer für euch und wir interagieren gerne von euch, von euch, für euch, von uns, von Herzen und von daher 100 Bits spenden. Ab da lesen wir vor. Man darf natürlich auch mal 101 spenden, wenn man da Bock drauf hat. Und damit gebe ich weiter an dich, lieber Deppi. Ich denke, ja, dieses hochprofessionelle Verhältnis von Frau Spiegel zur Wahrheit haben wir hier jetzt denke ich, einmal gut umrissen. Informiert euch bei Boris. Egal. Ich wollte noch einen Riccardo Langwitz machen, aber das reicht jetzt langsam. Eine Frau, die alles in den Schatten stellt. Durch ihre Kompetenz. Durch ihre Kompetenz.